Herzlich Willkommen! Ja, Hallöchen! Matze, du hast so einen wundervollen Jogi Löw-Song für die WM geschrieben. Wirklich, ich habe ihn im Ohr. Er geht nicht mehr raus, nur leider ist er nicht mehr ganz so aktuell. Der ist nicht mehr so ganz aktuell. Nee, nee. Ich hoffe ja, dass der Bundestrainer weitermacht. Natürlich ganz egoistisch, weil dann wäre dieser Song natürlich, sagen wir mal, in einem halben Jahr, wenn so ein bisschen Gras über unsere Gurken-WM gewachsen ist, könnte ich ihn vielleicht nochmal rausholen, wenn wir dann so die ersten guten Qualifikationsspiele in der EM-Gruppe absolviert haben. Aber im Moment habe ich das Ding erstmal verpackt, eingemottet und auf den Dachboden verfrachtet. Matze, woran lag es gegen Südkorea? Naja, ich glaube, das ist ja nicht erst gegen Südkorea passiert, sondern ich glaube, man hat ja gleich von Anfang an gemerkt, ich war ja beim ersten Spiel im Stadion in Moskau und war auch da ein bisschen überrascht, wie unsere deutsche Mannschaft aufgetreten ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass erstens man vielleicht am Anfang dachte, naja, komm, wir starten erstmal rein ins Turnier und die Gruppe ist sicherlich nicht leicht, aber auf jeden Fall machbar. Und dann haben die Mexikaner das schlau gemacht, die haben sich hinten reingestellt, die haben das gespielt, was sie können, haben uns ausgekontert, haben unsere Schwächen auch erkannt. Wir haben ja schöne Freundschaftsspiele gemacht gegen Österreich und Saudi-Arabien. Die sind ja, auf Deutsch gesagt, auch schon scheiße gelaufen. Ich glaube, dass insgesamt diese Mannschaft wahrscheinlich nicht so homogen war wie vor vier Jahren. Also du hast ja zwei Gruppen gehabt, du hast die Weltmeister gehabt, das waren die von 2014, und du hast die Konfett-Cup-Sieger gehabt. Und die sind natürlich auch der Meinung, hey, wir haben ja auch was erreicht und was gerissen, wieso setzt man denn nicht auf uns? Und die Weltmeister haben vielleicht gedacht, naja, gut, wir sind aber die, die den Titel geholt haben. Also vielleicht da auch schon so ein kleiner interner Konkurrenzkampf, man weiß es nicht. Dann hast du das Thema Gündogan-Ösil, was du nicht so richtig von der Platte bekommst. Und dann ist es eben einfach nicht so einheitlich, wie es sein sollte. Dann fehlt dir auch noch so ein Poldi, der gute Stimmung macht, überragend, überragend. Und dann auf einmal geht es den Bach runter. Ach, was eine überzeugende Analyse. Ich bin so froh, dass wir dich heute als Gast haben. Und du bist ja auch der bekannteste Joachim Löw-Imitator, den wir haben. Du kennst ihn auch privat, du kennst ihn ganz gut. Und wir sind total gespannt, was du jetzt gleich sagst, ob er, ja, bleibt Joachim Löw oder geht er? Neu bei Hitradio FFH. Schön, dass Sie bei uns sind. Es ist Sonntagvormittag. Silvia, am Sonntag der Talk mit Comedian Matze Knob. Wir haben so gelacht schon über deine Imitationen des Bundestrainers Joachim Löw. Du machst das großartig. Aber uns ist ja allen nicht so richtig zum Lachen, zumute. Was glaubst du? Also ich denke mir ja, nachdem ich ihn so gesehen habe, Joachim Löw, dass der eigentlich innerlich jetzt schon mit dem Trainer-Dasein abgeschlossen hat. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich, das kann natürlich sein, dass er sagt, ich mache Platz für jemand anderen. Aber ich bin ja immer der Meinung, erstens ist es so, man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. So. Und Zusammenhalt, so sehe ich, das ist ja nichts wert, ja, wenn man immer nur in guten Zeiten zusammenhält und in schlechten nicht. Weil dann ist es am Ende kein Zusammenhalt. Ich bin auch kein Freund davon, dass man die Idole von gestern immer alle gleich demontiert. Da haben wir ja gerade in Deutschland ein kleines Händchen dafür. Sondern am Ende muss man sagen, Mensch, sind das trotzdem auch zum großen Teil die Jungs gewesen, die uns 2014 so haben jubeln lassen. Sie haben es halt diesmal nicht auf die Straße gebracht. Ich finde schon, man muss jetzt knallhart analysieren. Man muss sicherlich auch Entscheidungen treffen. Man muss auch vielleicht sagen, naja, im Trainerteam muss auch hier und da einfach mal was verändert werden. Man muss sich auch wirklich überlegen, sind die Jungs, die jetzt dabei waren, auch alle noch die, die unsere Nationalmannschaft in Zukunft vertreten sollten? Ja. Klar. Aber jetzt gleich auf alles einschlagen und alle sind schlecht und alles ist furchtbar und der Bundestrainer ist ganz schlimm. Da bin ich überhaupt gar kein Freund davon, weil immerhin zwölf Jahre lang hat der gute Arbeit gemacht. Wir waren fünfmal in einem Halbfinale. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Und wir sind Weltmeister geworden und letztes Jahr noch Sieger im Konfettcup. Also so schlecht kann der dann doch nicht sein. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen abwarten, weil ganz ehrlich, du musst ja erstmal einen besseren haben. Es ist ja so, die ganzen Top-Trainer sind alle gebunden. Jürgen Klopp wird Liverpool wahrscheinlich nicht über Nacht verlassen können und ich denke auch nicht wollen. Und die anderen sind auch alle gebunden. Also wer soll es denn machen? Peter Neururer fällt mir noch ein. Der hätte wahrscheinlich gerade Zeit. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also von daher ist immer so die Frage, gibt es eine echte Alternative? Und solange man die nicht wirklich hat und die ist wirklich besser, bin ich immer kein Freund von überstürztem, aus der Emotion heraus Entscheidungen und sagen, jetzt muss der weg und da muss alles neu. Sondern eine gewisse Loyalität, finde ich, ist manchmal auch nicht verkehrt. Klare Worte von Matze Knob. Man muss erstmal jemanden besseren finden, da hat er schon total recht und er findet als selbst spielender Fußballer, jetzt ist Zusammenhalt angesagt, man gewinnt zusammen und man verliert auch zusammen. Ohne Ziel, läufst du durch die Straßen. Radio FF Reis hier, zwei Minuten vor halb zehn. Joachim Löw hat eine gewisse Loyalität verdient. Fußballkenner und Comedian Matze Knob warnt davor, alles in Frage zu stellen bei uns im Talk. Matze, stand nicht von Anfang an alles auch so ein bisschen unter, keine guten Sternen. Also da waren die Erdogan-Bilder von Özil und Gündogan und dann die Unterkunft, das Gemeckere, es gab kein Wasser. Ja, wobei, ich sag mal, wenn du in Brasilien gegen Algerien ausscheidest, wir erinnern uns alles, das war ja jetzt auch kein dolles Spiel, da haben wir, glaube ich, in der Verlängerung glücklich das Ding nach Hause geschaukelt. Das hat Oliver Bierhoff gesagt, dann hätten alle wahrscheinlich auch gesagt, Campo Bahia, das war auch nichts. Es war viel zu warm, es war zu viel Wasser da. Weißt du, also wenn es schlecht läuft, dann hat man immer 150 Ausreden. Ich glaube, die Unterkunft ist es am Ende nicht gewesen. Also ich glaube einfach, dass diese, man hat es nicht geschafft einfach so und das hat sich ja auch schon angedeutet. Mats Hummels hat es ja gesagt, letzte Sieg, letzte überzeugende Spiel der Nationalmannschaft war, ich glaube, November 2017 und das ist einfach dann auch zu lange her. Oh ja, das ist wirklich lange her. Der Hauptfehler war, dass man das erste Spiel gegen Mexiko vielleicht ein bisschen zu läppsch angegangen ist. Und jetzt wird ja gerne geschrieben, ja, die sind alle satt und die Millionäre wollen nicht laufen und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich sage mal, ich bin ja auch Fußballspieler, habe lange gespielt, bin immer noch aktiv und wenn es nicht läuft, dann kannst du dir fünf Beine ausreißen. Dann will es irgendwie nicht laufen und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht will und dass man nicht bemüht ist, sondern vielleicht ist dann, dann ist der Mann neben dir nicht sicher. Und dann strahlt er diese Sicherheit, diese fehlende Sicherheit, die kriegst du als Nebenmann auch mit und dann wirst du auch unsicher. Dann hast du so einen Özil, der hofft, oh, hoffentlich pfeift keiner und schon hast du den Salat. Ja, manchmal läuft es einfach nicht. Matze Knob bei Hitradio FFH. Michael Schulte bei Hitradio FFH und es gibt gute Nachrichten. Darauf haben wir gewartet, auf die Entwarnung und zwar auf der A656 Heidelberg-Mannheim. Zwischen Heidelberg-Wieblingen und Kreuzmannheim hat die Polizei die Strecke abgefahren. Die Gefahr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug besteht nicht mehr. Matze Knob ist bei uns bekannter Stimmenkünstler. Matze, du kannst den Jogi ja auch sehr gut, das wissen wir alle. Jetzt sagst du, und nicht nur aus egoistischen Gründen, Löw hat Loyalität verdient. Aber meinst du nicht auch, also wenn man sich so anschaut, was er gesagt hat, nach, als er auch hier angekommen ist, überlegen tut er schon? Ja, das ist ja auch richtig und das sollte er auch tun. Also ich glaube, es bringt nur was, dass wir Jogi Löw als Bundestrainer behalten, wenn er selber der Meinung ist, dass er so da noch rumgerissen bekommt. Also wenn er nicht mehr brennt und er nicht der Meinung ist, er kann es noch schaffen, dann macht es auch keinen Sinn, wenn er bleibt. Aber wenn er glaubt, dass er es noch schaffen kann und er sagt, ich werde das zu 100 Prozent oder vielleicht zu 120 Prozent und ich lege auch nochmal eine Schippe drauf. Gut, warum nicht? Und ganz ehrlich, was soll er denn auch sagen, wenn er nach einem Tag am Flughafen da ankommt, alle sind irgendwie gefrustet, soll er sagen, ne, ich mach weiter. Ich glaube, dann würden die Leute endgültig auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, da erstmal so ein bisschen das offen zu lassen, das ist in dem Moment schon ganz schlau. Und in der Tat ist es so, ich habe ja auch schon mal Auftritte gehabt in meinem Leben als Comedian. Zum Glück sind es ja wenige, aber die vielleicht mal nicht so gelaufen sind. Und da bist du dann erstmal mit dir selber beschäftigt und du bist enttäuscht auch von dir selbst, dass du in dem Moment vielleicht einfach keine bessere Leistung abgerufen hast. Und das liegt nicht daran, dass man irgendwie vielleicht drei Euro mehr verdient hat oder die Sendung gut bezahlt war und keinen Bock mehr hatte, sondern dass es einfach vielleicht nicht dein Tag war. Und deswegen kann ich es schon verstehen, dass man in dem Moment einen Tag, jetzt haben die dann auch kaum gepennt, sind geflogen, dass du dann nicht sagen kannst, ich mache jetzt das oder dies. Ja, nur, das ist ja auch normal. Gut, dass du es erwähnt hast, du bist nämlich auch Comedian. Wir haben ja so viel, wir reden so viel über Fußball, muss man aber auch machen angesichts der Lage. Aber du hast sehr, 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 sehr selten mal einen Auftritt, der nicht perfekt ist. Und nächstes Jahr ist dein Jahr, 2019. Da kommst du auch zu uns nach Hessen mit einem neuen Programm. Willkommen in Matze-Knopien. Alle Infos dazu und alle Termine auf FFAD. Die Legenden von Max Giesinger wäre auch ein so cooler WM-Song geworden. Was erinnert mich wieder an Matze-Knop und deinen Song über Joachim Löw. Aber ich will jetzt nicht mehr in alten Wunden wühlen. Kommen wir doch einfach mal zu den anderen Experten. Was sagst du denn zu diesen ganzen Äußerungen, die es gegeben hat? Also da war ja alles drin von totem Frosch über Gurkentruppe. Wenn du als Experte nichts sagst, das ist ja auch blöd. Also so Mario Basler muss ja auch austeilen, weil sonst sollst du ihn sonst einladen. Zum Zigaretten rauchen musst du ihn nicht holen. Und ich meine, Mario Basler ist halt Mario Basler. Ich wollte es gerade sagen, ich kenne ja Mario ganz gut. Und ich finde, Mario ist ja wirklich ein mega cooler Typ. Und er hat ein unglaubliches Talent, was Fußball angeht. Auch heute noch zickelt er dir die Bälle, keine Ahnung, oben rechts in der Ecke. Der Ball hat irgendwie einen Durchmesser von 30 Zentimeter. Die Ecke ist nur 5 Zentimeter groß, aber der Ball geht rein. Ich glaube, wenn der ein bisschen mehr Disziplin gehabt hätte, dann hätte das also wirklich ein Weltfußballer werden können. Und das war er ja eigentlich schon im Ansatz. Aber er ist dann halt eher so ein bisschen lockerer genommen. Der Kaiser würde sagen, er hat es ein bisschen lockerer genommen, der Mario. Aber deswegen ist er eben auch unser Mario. Und man darf halt nicht alles auf die Goldwaage legen, was der Mario so von sich gibt. Er schont weder sich noch die Umwelt. Das Schöne ist, wenn man dich einlädt. Man ist nicht nur zu zweit, man hat so viele Gäste. Er kann nicht nur Fußballer hervorragend nachmachen. Er versteht auch eine ganze Menge von Fußball. Also wer uns bisher gehört hat ab 9, der kann das bestimmt bestätigen. Matze Knob ist bei uns. Und ich habe mir gedacht, beim Zuschauen, als die Deutschen noch dabei waren, das kann nicht gesund sein, dieses Zuschauen. Also in der 95. Spielminute das Tor von Toni Kroos, dann das Ausscheiden. Also das war ja nicht immer schön, aber das war Emotion pur. Ja, sicherlich. Ja, der Kaiser würde sagen, das ist ja quasi eine, wenn ein Tor quasi kurz vor Abschluss noch fällt. Ja, das ist ja, da kriegt man Elefantenbocken und was weiß ich, Gänseböter auf einmal. Das ist ja unglaublich. Du bist, ich glaube auch, also du bist ja so vieles, ne? Also ich meine, du bist so viele Menschen in einem, Matze. Und du bist im Herzen... Ich bin zufrieden auch. Ich weiß. Aber im Herzen bist du schon auch Fußballer. Ja, ich bin abs... Also wenn einer in diesem Land, der kein Profi war, Fußballer ist, dann bin ich das. Weil ich spiele, glaube ich, seit ich fünf Jahre alt bin im Verein. Ich spiele immer noch. Ich habe keine... Tausend Kreisligaspiele mittlerweile, glaube ich, gemacht. Ich habe Dreierkette, Viererkette. Ich habe Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfeld, Sechser. Ich habe alles gespielt. Ich kann jetzt zu jeder Position was sagen. Und ich bin viermal aufgestiegen und viermal abgestiegen und habe sieben Entscheidungsspiele mitgemacht. Oh Gott. Also ich habe wirklich das ganze Fußballerleben durchlebt und weiß ungefähr, wie man denkt als Spieler. Ich bin zwar kein Profi, natürlich nicht, aber auf der Bühne bin ich dafür Profi. Und deswegen weiß ich schon, wovon ich spreche. Behaupte ich jetzt mal. Da kannst du wahrscheinlich auch ganz gut die Spiele verstehen. Wie fandest du Toni Kroos Bemerkung nach dem Schwedenspiel? Also da war ja so ein bisschen beleidigt in Richtung Deutschland. Da hätten sich einige gefreut, dass Deutschland rausfliegt. Ich finde es ja gut, wenn einer auch mal, wenn ein Fußballer auch mal was sagt, was ein bisschen aufhorchen lässt. Und nicht immer dieses weichgespülte, wir wünschen uns ja immer Typen, die einfach mal wie früher Mario Basler. Mach die Kamera aus. Mach die Kamera aus. Ja, das war ja geil. Ja, klar. Das ist eine Riesensauerei. Stink sauer bin ich darüber. Die gelbe Karne, die keine war. Die rote Karne, die keine war. So, das gibt es ja heute nicht mehr. Heute ist ja jeder glatt gebügelt und es ist das Interview vorher noch abgenommen. Also von daher, ich fand das gut und muss dem Toni in gewisser Weise recht geben. Es waren doch sehr viele Menschen sehr negativ und jammerig. Ich will nicht sagen, dass sie es gewünscht hätten. Aber wir waren eigentlich schon, von der Stimmung her, waren wir schon ausgeschieden. Ja, total. Ja, verrückt. Und das ist auch schade, weil ich glaube ja immer an die Energie. Die Energie macht es. Obwohl, ich muss wirklich sagen, unsere Fans in der Commerzbank Arena, wir waren alle dabei. Und trotz dieser großen Energie hat es dann nicht geklappt. Wir sind ausgeschieden, aber die WM in Russland geht ja weiter. Hier ist Silvia am Sonntag, der Talk mit Matze Knob, ein Fußballexperte, bekannter Comedian und immer für klare Sprüche gut. Mit dem Videobeweis wird der Schiedsrichter enteiert. Das stammt von dir. Ja, natürlich, weil sonst war der Schiedsrichter der Boss auf dem Platz und er hat entschieden. Und wenn er entschieden hatte, dann war das so oder es war eben nicht so. Jetzt ist es so, also ich finde ja bei der WM funktioniert es ja erstaunlich gut. Ja, weil da hast du ja auch dann den albanischen Eisverkäufer, der jetzt mal Schiedsrichter spielen darf. Und der wird dann auch vom Videobeweis so ein bisschen durchs Turnier geleitet. Aber in der Bundesliga, Katastrophe. Natürlich wäre es gut, wenn man eine Institution hätte, ja, die fehlerfrei ist. Aber es sitzen ja wieder Leute in Köln, die dann auch wieder, das ist auch wieder ein Mensch, der dann wieder entscheidet. Ja, und dann hat der Schiedsrichter im Zweifel nochmal zwei Minuten Zeit, um sich so richtig in die Grütze zu reiten, wenn er nämlich dann irgendwie auf den Monitor guckt und dann wieder falsch entscheidet. Ich bin für Torlinientechnik, der Ball war über die Linie ja oder nein, magisches Auge wie beim Tennis, und ansonsten soll der Schiedsrichter entscheidend pumpen. Und man muss ja auch sagen, von den falschen Entscheidungen redet die Welt ja ziemlich lange, viel, viel länger als von den richtigen Entscheidungen. Das Wembley-Tor, ja, es wird doch keine Sau mehr über dieses Finale 66 reden, wenn es nicht dieses geile Tor gegeben hätte. Und ob die Engländer damals Weltmeister geworden sind oder wir, ja, scheiß doch drauf. Stell dir mal vor, die hätten nicht einen einzigen Stern, ja, so können sie sich zumindest... Es wird doch auch der einzige Stern bleiben, die Linie sind vorne, ja. Oh, da war so nichts vor. Also wir werden das beobachten, ob du recht behältst. Zumindest sind die Engländer noch drin, im Gegensatz zu uns Deutschen. Am Dienstag spielt England gegen Kolumbien und da schauen wir, ob du recht hast. Und England rausfliegt. Het Radio FFH, Sildern Sonntag, der Talk. Wir sind raus. Ja, aber wir sollten nicht jetzt alles in Frage stellen, sagt mein heutiger Gast, Matze Knob. Es muss einfach weitergehen. Ich glaube, ich fände es gut, wenn trotzdem auch in der Niederlage irgendwie alle ein bisschen zusammenrücken und sagen, scheiße, war kacke. Es müssen Entscheidungen her. Es müssen auch Leute die Verantwortung übernehmen. Es muss auch was verändert werden, ja. Aber wir halten zusammen, weil ich finde, so ein Zusammenhalt, der fehlt mir manchmal ein bisschen. Und ich finde, ich habe heute einen gesehen, der ist mit seinem Auto, der hatte trotzdem noch die beiden Fahnen links und rechts, schwarz, rot, gold. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das finde ich gut. Ja, weil das symbolisiert, ich stehe trotzdem zu unserer Truppe. Ja, ihr habt scheiße gespielt. Ich bin tief enttäuscht. Es muss sich was ändern. Aber ich werfe hier nicht die Flinte ins Korn. Und da sage ich dir, was sollen denn die Fans sagen von Hamburg, vom HSV? Oder von 1860 München? Oder von Kaiserslautern? Und jetzt stell dir mal vor, du bist Fan der deutschen Mannschaft und Fan vom HSV. Ja, wie scheiße, was hast du denn dann für ein Problem? Also von daher, Freunde, einfach mal zusammenhalten. Nicht immer alles nur negativ und schwarz sehen. Sehen wir es positiv. Das Wetter ist gerade gut. Ja, jetzt können wir uns mal schön in den Garten legen und brauchen nicht vor der Glotze sitzen. Das ist doch auch geil. Der Mann weiß einfach, wie man das Leben zu nehmen hat, oder? Matze Knob. Matze Knob ist bei uns. Matze, du plädierst dafür, nicht alles jetzt beim Fußball, beim deutschen Fußball in Frage zu stellen. Und du hast ja auch gesagt, wer soll es denn machen? Und, sag mal, aber ich meine, wer, wenn nicht du kennt, Jürgen Klopp? Glaubst du nicht, der Jürgen würde das machen? Ich glaube schon, dass Jürgen Klopp das machen würde. Aber es muss natürlich auch die Zeit passen. Und jetzt ist er gerade in Liverpool. Ja, der ist da gerade mehr als angekommen. Der wird da gefeiert. Und der hat das Champions-League-Finale erreicht. Wenn der Karius keine Gehirnerschütterung gehabt hätte. Hihi, hihi. Ob so ist, wissen wir alle nicht. Ich bin ja immer so gemeint, dass der Bundestrainer auch beim Vorlesen des Kaders eine Gehirnerschütterung hatte und eine perspektivische Verschiebung. Deswegen hat er den Sané auch zu Hause gelassen. Ich glaube, der hat sich einfach nur in der Zeile vertan. Dann hätte der das Ding gewonnen, der Klopp. Dann hätte er sagen können, ich glaube nicht, dass der da unvollendet gehen möchte. Also ich würde mal schätzen, Klopp ja, aber wir müssen uns noch zwei Jahre gedulden. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und wenn er es dann überhaupt dann macht, wenn nicht Real Madrid anruft. Und deswegen denke ich dann auch, muss bis dahin vielleicht, soll der Jogi jetzt auch mal Eier haben. Und eben dann auch mal sagen, ihr habt Fehler gemacht. Aber ich korrigiere die Fehler und jetzt steht es dann eben auch nach vorne und dann holen wir einen EM-Titel. Und dann höre ich auf. Ja, das klingt nach dem Plan. Das mit den Favoriten bei der WM in Russland ist so eine Sache. Deutschland war immer dein Top-Favorit, kann man glaube ich sagen. Ja, Deutschland ist raus. Wer wird jetzt Weltmeister? Wer wird Weltmeister? Ich kann es dir nicht sagen, du. Also ich sage mal so, was mir aufgefallen ist, dass ja diese kleinen Mannschaften alle nicht schlecht waren. Ja, so Iran, Marokko, Tunesien. Da hättest du ja gedacht, das ist alles Kanonenfutter. Aber die haben alle kapiert, du, wenn wir uns hinten reinstellen, wenn wir da mit zwei Viererketten oder auch mit einer Zwölferkette agieren, dann müssen auch die Spanier und die Belgier und wie sie alle heißen erstmal ein Tor machen. Das funktioniert ganz gut. Das ist unattraktiv für den Zuschauer. Aber die Trainer sind mittlerweile auch jetzt nicht mehr die Schlechtesten, die da stehen. Spieler sind alle aktiv auch in den Ligen in der Primera Division, in der Serie A oder auch in der Premier League. Also die können es auch alle mittlerweile. Und jetzt, gut, jetzt sind die zum großen Teil trotzdem aussortiert. Und ja, und jetzt, also Belgien hat mir sehr gut gefallen. Kroatien war super. Aber ob die das dann am Ende auch durchziehen können, wenn es wirklich darauf ankommt. Ja, weil dann kommt auch der Kopf, schaltet sich dann auch mehr ein. Oder ob es dann wieder die Spanier sind, die vorne weg marschieren. Wir werden es sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt noch keinen wirklichen Favoriten. Ja, das ist spannend. Und wenn du schon sagst, du hast keinen Favoriten, dann glaube ich, wird es bis zur letzten Minute noch sehr, sehr spannend werden bei der WM. Hier ist es Radio FFH, der Talk am Sonntag heute mit Matze Knob. Und Matze, ich muss eine Sache mit dir noch unbedingt ansprechen, wie du das findest. Also es gibt ja immer so, ein Spiel endet, wie sagen wir mal zum Beispiel da, als wir noch drin waren. Toni Groß schießt das entscheidende Tor und dann heißt es, wir schalten jetzt zu den Nachrichten nach Hamburg. Wie geht dir das? Also ich brauche da keine Nachrichten. Also wenn unmittelbar nach der Fußballübertragung Politik kommt, das ist so, als wenn direkt nach dem Sex du die Spülmaschine ausräumen sollst. Oh, das ist so gut, dass du das sagst. Da gehe ich lieber pennen. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Es besteht die Hoffnung, auch ohne, dass Deutschland noch dabei ist, dass du vielleicht nochmal dir ein Spiel anschaust. Also vielleicht kannst du uns dann mal zuwinken. Das werde ich dann auch sehen im Publikum. Richtig. Und Herr Lothar-Madeus fährt auch mit nach Russland, weil da gibt es schöne dunkelhaarige Frauen. Also Silvia, wiedersehen. Ja, macht's gut, ne? Herr Lothar-Madeus. Da ist der Matze schon wieder, der ist schon wieder raus. Warte, warte, Matze, Matze, warte. Ja, weil Matze, eine Sache muss ich dir wirklich noch sagen, weil ich meine, wir haben jetzt so viel über Fußball geredet. Du bist ja hier bald dein Jahr 2019. Wir kommen in Matze Knob, weißt du was? Wir reden dann drüber und du kommst einfach nochmal. Ich würde sehr gerne nochmal vorbeikommen, weil ich habe ja auch teilweise zwischen den Auftritten dann immer mal einen Tag frei und dann muss ich nicht nach Hause reisen. Dann würde ich gerne mit Schlafsack und Matratze zu euch in den Sender kommen und da auch pennen. Ich glaube, für dich machen wir das. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist sehr nett. Ich streite mir das gleich in den Kalender rein und dann ist das hier mit gebockt. Ja, genau. Ich sag einfach, Silvia hat's versprochen. Das werde ich mir merken. Silvia hat's verbockt. 29. März 2019 ist Matze Knob in Bischofsheim und er ist auch noch im Mai in Erfurt. Kommen ja auch einige mal vorbei aus unserem Sendegebiet. Und am 13.11. in Frankfurt in der Batschkapp. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it falls.